rng party party so und damit herzlich willkommen zu einem weiteren spiel aus der reihe spiel die demo wir spielen heute die demo von backspace bauken oder wie man das auch pronunciated wird so dieses spiel ist ein ich habe ein neues spiel drei von drei leben dieses spiel ist ein typing spiel könnte man glaubt so nennen also ein spiel in dem ich vermutlich tippen muss ich habe mich bisher noch kein bisschen gespöre das heißt für mich ist auch wirklich hier ist jetzt auch es gibt noch kein load game für mich ist wirklich auch komplett neu ich habe keine ahnung ob dieses spiel wie sage ich das ob das was ist für uns wir haben aber schon mal so ein tippspiel gespielt falls ihr euch erinnern könnt epistory hieß es damals und ich würde es jetzt einfach mal gerne ausprobieren und mal schauen was da auf uns zukommt hold space to skip it's been there as long as as i can remember dad always called it the tower of f8 i think he made that up he went missing around the time asterisk came here she always said that tower contained extra ordinarily unstable power the one they call fury controls it bend bends it bends its reality i never cared much about it i wanted to forget to forge it to forge it until my sisters fell gravely ill asterisk things a cure lies somewhere inside she too wanted nothing to do with that place that's why she escaped but we don't have much of a choice i'm unsure how much time they have left in a way i'm almost excited this will be the first real adventure of my own maybe i'll even get better at typing either way type i'll do my best das sowieso kana asterisk can you come proofread this for me so shouldn't be much further remember pressing enter will advance text full stop of course you can use vsd or arrow keys to move ok so also wir haben einen dieser typischen 80er jahre 80er jahre 90er jahre dungeon crawler wo wir vor und zurück laufen können ok da geht's noch was ist hier ok 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 die stehen einfach nur da mit denen kann ich offenbar nichts machen wir können auch enter never thought i'd be shipwrecked in a place like this no problem though the locals seem friendly i suppose i'll just ferry myself over to that there their tower up there you want to climb up that tall tower i hate heights why couldn't they have made it more flat why couldn't they have made it more flat okay das passt schon ja moment trockene haut am nage furigana 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 but i've always been too scared to go near it's just up ahead wunderbar dann laufen noch ein stück drehen uns um yay 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 und hurray und hurray und hurray hey da ist eine hütte oben sieht aus wie ein keyboard habt ihr das gesehen dass da oben ist ein keyboard there it is the medicine you're looking for should be in there somewhere keep your eyes peeled for any danger and corpse officer appears aha i just knew something was off today aha i just knew something was off today i felt it in my bones when i got out of bed this morning my breakfast was uh bone forty uh fryingly large glass of milk full stop soy milk though i am lactose intolerant 37 words per minute minute question mark Das ist gut. Ich werde das an den Lorten imediate. Ich werde das an den Lorten imediate. Ich werde das an den Lorten imediate. total screen wenn ich gestorben oder was okay das habe ich jetzt nicht verstanden okay das kann man überspringen hat es geheißen so ja 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 das kennen wir alles zurück enter ja 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 kennen wir auch alles okay wir gehen noch mal vor ein rüber ein rüber ein rüber ein rüber wir schauen uns einfach noch mal an ja dann können wir noch mal sehen da oben das ist eine tastatur auf jeden fall and there it is the medicine you're really keep your eyes for any dangers okay aha i just knew something was off today full stop i felt it in my bones when i got out of bed this morning full stop my breakfast was a bone 145 145 large glass of milk full stop soy milk yeah though comma i am lactose intolerant full stop 38 48 words per minute minute that is the send full stop i will report this to to lord lord fury me me be a till way oh stop you who clearly 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 no lazy bones okay whoo okay aber das ist pro kampf you handle that great naja oh you see that number up there that's how many spaces you have left without those your spacebar isn't going to be very useful looks like you're starting to run out i think we should be able to find some inside the door ahead is locked enter a password that is fury gani gana fury gana looks just how i left it wieso geht die da überhaupt wieder rein wenn sie da nichts mehr mit zu tun haben will anyway here we are the only way to go now is forward so kann ich hier vielleicht sagen äh zack info kann ich irgendwo sagen speichern oder so map progress okay offenbar nicht i'll save your game before we go this place can be dangerous warning do not press and hold backspace to collect spaces out of signposts you sense a presence behind the door there you are r fullstop the boss said your typing skill were ahem decent fullstop seems like he was right. Full stop. Don't expect us to hold back. I have been stuck in here for such a long time. What did I do to deserve this? My family, will they ever see me again? Wait, take me with you please. I'm forever grateful. Looks like we're not the only ones who wandered in here. Kana, you can press escape to keep track of who you found along the way. I have been stuck in here for such a long time. What did I do to deserve this? My family, will they ever see me again? Wait, take me with you please. I'm forever grateful. Okay, and here info. You should press backspace on any signs you come across. Kann ich auch Backspace auf NPC Texte machen? Offenbar nicht. We are not afraid to attack. Please don't venture any further. If you know what's good for you, turn back now or face the consequences. This is a dangerous place. You sense something intimidating behind the door. Get away from me. Won't you humans leave us alone? Question mark. Okay. Jetzt habe ich fast... Whoops. You found yourself in a dead end. Hihi. So, das war jetzt halt die Frage, ob das jetzt, ähm, spaces-technisch sinnvoll war. Jetzt kann ich ja noch einmal nachgucken. Und Corpse appear. Und Corpse appear. Well... Well... Point, point, point. What have we here? Question mark. Question mark. I dare... Say... I... Was... Not prepared... For... An encounter... Such... As... This. Full stop. You... Are... A... Power... Full... Warrior... Looks... Like... This... Is... It... For... 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 Me. Oh, da habe ich offenbar... Wieder verloren. Started. Last save. So... Das hat nicht wirklich gepasst. There you are. Full stop. The boss... Said... Your... Typing... Skills... Were... M... Descent. Full stop. Seems... Like... He... Was... Right. Full stop. Seems... Don't... E... Ex... Expect... Us... To... Hold... Back. Okay. Die nehmen wir also mit. Yep, yep, yep. Wunderbar. Zack. Also vorher hatten wir 30 Spaces. Zack. Jetzt sind wir wieder bei 30. Okay. Das heißt, die eine Tür brauchen wir gar nicht. Die Tür da drüben brauchen wir nicht, weil da kommen wir auch wieder bloß auf 30. Das heißt, wir kriegen genau die Leerzeichen zurück, die wir ausgegeben haben. Dann gehen wir doch dahin. Well... Well... Punkt, Punkt, Punkt. What have we here? Question mark. I dare... Say... I was not prepared for an encounter such as this. You are a powerful warrior. Looks... Like... This... Is... It... For... Me. Puh. Also ist schon ein bisschen schwierig das ganze auf englisch zu machen, weil halt einfach... Ja, ich hab halt... Äh... Anderes layout. Puh. That was pretty rough. Hä? Nun, das war ganz schön heftig, nicht? Let's be sure to explore all we can, so we don't run out of spaces. Oh. And if you get a nice streak going, it might heal you at the end of a battle. Also bisher hat es das immer gemacht. So, dann würde ich mal da lang gehen. I keep going in circles. I'm totally lost. To the scientist labyrinth. Ah, wunderbar. You can minimize the amount of spaces you need to type in an enemy encounter by combining words into... Contradictions. Okay, da muss ich jetzt mal kurz Dick CC benutzen. Ähm... in Widersprüche. So. Also ein Wörterbuch, beliebiger Art. Contradictions. Widersprüche. So. Dann sage ich hier Contradictions in English und Examples. So. I accept this. The fact of something being the complete opposite of something else. Oh, very different. You say you're a good friend and yet you don't trust him. Isn't that a contradiction? Hmm. Ja, aber der haut mich ja wenn ich zu lange brauche. Das ist ja auch doof. Naja, gut. So. So. Is something ahead. Arch. What. Ah, okay. What is this? Question mark. Is that a chicken? This must be Fury's power. of Illusion full stop. You've let your eyes fall upon my Biotypsilun. You're lucky to be graced by my presence. Thanks. I hate it. Puh. Das war Drama. Das war seltsam. It looks like enemies can attack as even right out in the open. Scheint so als ob wir uns Feinde sogar im offenen Feld angreifen können. So. Ich geh mal da hin. Ha. Einschuld. Check it out. I think I see some stairs to the left. good. Stay out. No trespassing. Just pissing. That means you. Oh yeah. I don't see anywhere. So, dann würden wir mal da hingehen wollen. It's up to you to find as many hidden signs as you can in order to survive. Das haben wir gut hingekriegt. So, äh, noch einen. Zack, zack. Da lang. Da rüber, da rüber, da hoch, da runter. Da hinten war es ja zu, ne? Genau. Weiter geht nicht. Ah! Oh, 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 oh. That was a thing that just happened. Looks like we fell into the basement. Is this just me or is it a bit chilling? Anyway, I think I'll save your game, just in case that happens again. Okay. Ha! Employees, please do not touch the thermostat. Ah, es gibt ein thermostat, das ist aber gut. Employees need also not discuss classified information. Remember, password and puzzles are top secret. It's too cold to touch. Ah, ha, 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 ha. How did you get in here? Another question mark. This is a dead end. Eh, 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 end. Run, uh, way. It looks like the floor in this tower is sometimes unstable. Better be careful. Ich habe das eigentlich gesehen, dass das Grütze war, aber... Okay, also irgendwo gibt es ein thermostat, aber ich weiß nicht wo. Da komme ich ja nicht vorbei. Da komme ich auch nicht vorbei. Okay, also irgendwo hier ist ein Rätsel. Rancifigurator. Ah. How chilling. A real, live, warm-blooded, human. You must be frozen in fear. It's not too late to turn around full stop. Every one gets cold shit sometimes. So, super. Haben wir das auch geschafft. Da ist nix. Da gibt es wieder ein Schild. Be sure to pay attention to door hints. They are sure to give you an idea about what's behind them. You hear feint snore. Good morning full stop. I have evoken from my slumber full stop. You're much too lively for this hour. I cannot... I cannot... M... I muster... The... Strength... Two. Fight. That's... ...uh... ...wrap. Replace the E's with 3's. What could that even mean? Maybe we can figure this out together. Okay. Tür, Tür. Keep running into obstacles, eh? Okay. Okay. So, ähm... ...da war nix. Da geht's weiter. Doors ahead is locked. Tied. Enter Passport. Okay. Eins. Zwei. I heard a skeleton rattling on about a password. He said it was secret. But I think there's more to it. Okay. Wissen wir. And the password is... ...secret. Hooray! It may be hard, but try visiting everywhere on the map. It's pretty rewarding. Uh... I try. It is a hard time for me, though. I hear something scary. Scurrying. Scurrying. Aaaaah! Why... ...er... ...you... ...still... ...following... ...me? ...question mark. Ar... ...arr... ...run... ...away... 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 I just saw something scary past here. It looked pretty scared. Learning to type can be scary, but come on! The layout can get pretty confusing in this dungeon. Where am I even going? To the thermostat, of course. Good! Now we turn over here and move over here. I sense something spicy behind this door. Ok Brrr It It is a bit chilly down here Someone should turn up the heat Can you handle it? Ok Ok That was a hard opponent I am not sure if I can handle it Ok There was nothing That's good The corridors seem to stretch on forever The end must be near, right? Oh no R R R Run I'm trapped The Furnace E It's It's The Furnace That You Want Oh, ok Gut, aber das lassen wir jetzt Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit Also wir können hier start and last save machen aber das ist dann wirklich am Anfang genau Nämlich hier Ne, also, äh Ganz nettes Spiel eigentlich Im Grunde Aber Wie gesagt Äh Ist ein bisschen schwierig A Lesen B Schreiben C Richtig schreiben D Es ist ganz nett zum Schreiben lernen Aber, äh Ja, blub So, ich bedanke mich jedenfalls für die Aufmerksamkeit Wünsche euch eine tolle Zeit Und cheerio mit O Und back to desktop Und back to desktop